Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Notfälle passieren im Leben jedes Menschen, egal ob medizinsch, finanziell, emotional oder familiär bedingt. Meistens sind wir in solchen Notfällen völlig überfordert, wissen nicht wie wir uns verhalten sollen oder an wen wir uns wenden können. Sie geht es auch Stefan, der sich plötzlich um seine unerwartet pflegebedürftig gewordene Lebensgefährtin Melanie kümmern muss. Melanie ist grundsätzlich medizinisch gut versorgt. Krankheitsbedingt kann es aber immer wieder zu akuten Notfällen kommen. Stefan und Melanie waren beide berufstätig und haben einen laufenden Kredit, sodass auch die finanzielle Situation ihm sehr große Sorgen bereitet. Daher wünscht sich Stefan eine Lösung, auf der er sich schnell, übersichtlich und zuverlässig über seine Möglichkeiten und Hilfsangebote informieren kann. Auf der Plattform familie- und beruf.online findet Stefan nicht nur Informationen und Tipps, sondern auch alle relevanten Notrufnummern und Kontakte. Toll findete auch Funktionen wie individuelle Checklisten, Fragen und Antworten sowie die viele Informationen zu anders gelagerten Notfällen. Dank der Plattform konnten sich beide auch viele Notfälle vorbereiten und waren dadurch in den akuten Momenten nicht mehr so unter Stress. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020